Oh, 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 oh! Es war ein Spiels. Oh, yeah, oh, yeah! Fallschirm! Ja, wir haben jetzt grad hier einen Strandbanken. Strandbanken! So ein Tief. Auflöten. Und, äh, Oh nein! Polizei! Ne, wir werden verfolgt durch öffentliche Nötigung von Bäumen. Die Polizei mag es nicht, wenn man im Auto mal irgendwie rund umflügt. Viele von den Polizisten sind Bauern, die das Land einfach mal gehört. Das war ein Zivilmulle? Tatsächlich. Ist das ein Zivilmulle? Ne, das sind halt Polizisten auf dem Roller. Ja, das ist ein Polizist. Ja, ein Chineser oder was? Ja, ja. Wir sind jetzt auf Chachamaya. Wir haben jetzt einen kleinen Roller hier geschafft. Ja, einen kleinen Roller. Jetzt machen wir die Fallschirm, oder? Dann fahren Auto rein, dann... Ja genau, die Fallschirm. Dann fahren wir gegen die Wand, springen Feuer ab, dann sehen wir... Gegen die Wand, dann fühlen wir die Fallschirm. Ha 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 ha! Ha ha ha! Übertrieben! Nein! Ha ha ha! Böse Auto!